U19 heute gegen Bayern München 2-0. Man hat es an den Zuschauern gesehen, war hier auch ziemlich nervös alles. Wir bleiben da, wo wir hingehören. Wir bleiben in der U19 Bundesliga und deshalb bin ich auch sehr froh und auch glücklich. Ich denke, dass wir über 90 Minuten einfach die bessere Mannschaft waren, die Mannschaft, die mehr wollte. So wollten wir auch ins Spiel gehen. Wir haben ja gegen eine Mannschaft gespielt, Bayern München, die jetzt im Prinzip für die die Saison gelaufen war. Und da muss man natürlich so auftreten. Kämpferiger sein, aggressiver sein, laufstärker sein. Und von daher muss ich wirklich der Mannschaft ein großes Kompliment machen. Das haben sie alles umgesetzt. Zusätzlich waren ein paar schöne Spielzüge noch dabei. Die Standards sind sehr, sehr gut gekommen, muss man sagen. Dadurch sind wir auch in Führung gegangen und das dann 11 Meter dazu führt, dass wir dann das 2-0 machen. Das ist natürlich auch schön. Aber ich denke, aus dem Spiel heraus hätten wir auch ein Tor noch verdienen können. Wir haben eine Saison gehabt, da war wirklich alles mit drin und es war sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Und deswegen ist es jetzt zwar erleichterend zu spüren, aber so diese grundsätzliche Freude, die wird heute Abend kommen. Und das ist manchmal wirklich so. Jaaa... Ja! Ja. Ich weiß nicht.